Wahrscheinlich bereue ich meine Aussage aus dem letzten Video, in dem ich sagte, dass sich das Volumen eines Rotationskörpers relativ einfach berechnen lässt. Denn zumindest das Beispiel ganz rechts, das ist nicht ohne. Wir fangen aber auf der anderen Seite beim einfachsten an und steigern den Schwierigkeitsgrad von Beispiel zu Beispiel. Als kleiner Reminder, das Volumen so eines Rotationskörpers bei Rotation um die x-Achse, das berechnest du mit diesem Integral hier. Wie kompliziert die Rechnung am Ende aber tatsächlich ist, das hängt direkt mit dem Quadrat der Funktion f zusammen. In diesem Video zeige ich dir heute also, was genau du alles beim Berechnen der Quadratfunktion beachten musst und wie du damit selbst die schwierigsten Rotationskörper in den Griff bekommst. Starten wir mit dem einfachsten Beispiel dieser gestauchten Normalparabel, die im Intervall von 0 bis 2 um die x-Achse rotieren soll. Also, warum ist das Beispiel so einfach? Beim Quadrieren der Funktion hilft dir hier die Vorstellung, dass das Quadrat nichts anderes ist als eine Multiplikation mit sich selbst. Das führt dazu, dass du sowohl die beiden Faktoren multiplizieren musst, was genau ein Viertel ergibt, als auch die beiden Potenzen. x hoch 2 mal x hoch 2 macht bekanntlich x hoch 4 und das war's dann auch schon. Bis auf dieses Zahl mal Zahl und Potenz mal Potenz gibt es bei diesem ersten einfachen Beispiel nicht viel zu beachten. Für das Volumenintegral nimmst du dann einfach die obere Grenze 2 und untere Grenze 0 und setzt dort das Quadrat der Funktion f ein. Wie üblich bildest du dann die Stammfunktion. Der Exponent wird also um 1 größer und das ein Viertel, das muss noch durch den neuen Exponenten dividiert werden. Nicht das Pi vergessen. Obere Grenze eingesetzt. 2 hoch 5 sind 32 durch 20 minus die untere Grenze, was aber 0 ergibt. Das 32 zwanzigstel noch kürzen und schon erhältst du ein Volumen von 8 fünftel Pi Volumeneinheiten. Okay, das war ja noch wirklich gar kein Problem. So, dann kommen wir mal zum zweiten Beispiel, bei dem diese lineare Funktion im Intervall von minus 1 bis 3 um die x-Achse rotieren soll. Diese Funktion zu quadrieren, das erfordert etwas mehr Aufwand. Wer hier nämlich nur das ein Viertel x und die 1 quadriert, der hat mal wieder nicht an die binomischen Formeln gedacht. In diesem Fall ist es die erste, wobei a dem ein Viertel x und b der 1 entspricht. Du musst also zuerst das a quadrieren, ein Viertel x mal ein Viertel x ergibt 1 sechzehntel x hoch 2. Sicherlich auch das b quadrieren, aber 1 hoch 2 bleibt immer noch 1. Vor allem aber darfst du den Mischterm, dieses 2ab in der ersten binomischen Formel, den darfst du nicht vergessen. 2 mal ein Viertel mal 1 sind 1 halb und das x kommt einfach hinten mit ran. Von da an ist die Vorgehensweise dann aber fast identisch. Die Grenzen des Integrals holst du dir aus dem Rotationsintervall und die Stammfunktion bestimmst du so wie immer. Der Exponent wird um 1 größer und die 1 sechzehntel noch durch den neuen Exponenten, also durch 3 dividieren, das macht 1 achtundvierzigstel. Beim Mischterm wird daraus zunächst x hoch 2 und die 1 halb erneut durch den neuen Exponenten dividieren, das macht ein Viertel. Und das letzte, ja das ist super simpel. Wieder einmal nicht das Pi vergessen und anschließend für jedes x die obere Grenze einsetzen, was das macht der Taschenrechner 93 sechzehntel ergibt, davon wie üblich den Wert der unteren Grenze abziehen, Minus und Minus macht Plus und der Taschenrechner erneut, der gibt dir am Ende 97 zwölftel Pi Volumeneinheiten aus. Diese binomische Formel taucht also immer dann auf, wenn die Funktionsgleichung aus einer Summe zweier Terme besteht. Unbedingt daran denken. Im letzten Hardcore Beispiel ist das so ähnlich, nur dass die Funktion hier nicht aus zwei Summanden, sondern aus zwei Faktoren zusammengesetzt ist. Die insgesamt kubische Funktion soll nun im Intervall von 0 bis 2,5 um die x-Achse rotieren und wenn du hier einfach mal die Funktion f quadrierst, also jeden Faktor quadrierst, dann bist du bestimmt fix bei dieser Funktionsgleichung angekommen. Soweit so gut, soweit auch richtig. Wenn du aber später im Integral die Stammfunktion bilden musst, dann komme bitte nicht auf die Idee, nun auch noch jeden Faktor einzeln zu integrieren. Um es ausdrücklich zu sagen, das hier ist nicht die Stammfunktion von f Quadrat. Das ist falsch. Der Grund liegt in diesem Multiplikationszeichen. Wäre das eine Addition, dann, ja dann wäre die Stammfunktion nach der Summenregel richtig gebildet worden. Hier bräuchte man aber so etwas wie eine Produktregel der Integralrechnung. Die gibt zwar auch und heißt partielle Integration, hast du aber wahrscheinlich noch nicht kennengelernt. Das ursprüngliche Problem liegt also in der Multiplikation hier oben. Und du ahnst vielleicht auch schon, wo das jetzt hinführt. Wir machen aus dem Produkt einfach eine Summe, sprich wir multiplizieren beide Terme aus. Letzterer entspricht der zweiten binomischen Formel a²-2ab-b². Und wenn du jetzt das x mit jedem Summanden in der Klammer multiplizierst, dann erhältst du diese Summe. Statt also das Produkt zu quadrieren, kannst du nun diese Summe quadrieren. Aber holla die Waldfee, was ist das bitte für eine komische binomische Formel mit drei Summanden? Und wie quadriert man diese bitte? Im Prinzip kannst du ein ähnliches Schema verwenden, wie im zweiten Beispiel. Nur, dass auf jeder Seite des Quadrates jetzt noch der Summand c hinzukommt. Damit gibt es innerhalb des Schemas drei Quadrate, nämlich a², b² und c². Hinzu kommt aber nicht nur ein Mischterm, sondern gleich drei. 2ab, 2ac und 2bc. Auf unsere Quadratfunktion bezogen kannst du damit wie folgt vorgehen. Als erstes fängst du mit den Quadraten an. x hoch 3 quadriert ergibt x hoch 6, minus 4 mal sind 16, x hoch 2 hoch 2 sind x hoch 4. Und finally 4x mal 4x, das macht 16x². Bei den Mischtermen zuerst 2 mal a mal b, was minus 8x hoch 5 ergibt. Dann 2 mal a mal c, also 2 mal x hoch 3 mal 4x, das macht 8x hoch 4. Und zum Abschluss 2bc. Minus 4 mal 4 sind 16 mal 2 macht 32 und die Potenzen ergeben x hoch 3. Dieses Monster hier, das solltest du noch nach dem Grad der Potenz sortieren. Vielleicht auch noch mal ein paar Terme zusammenfassen, die gleiche Potenzen besitzen und fertig ist die Quadratfunktion. Mit dieser gehst du abschließend in das Volumenintegral, nutzt die Grenzen des Rotationsintervalls und bildest die Stammfunktion. An der Stelle ist vielleicht aber auch mal eine Pause angebracht, um die Rechenschritte nachzuvollziehen. Obere Grenze ergibt gerundet 1,26 und untere Grenze hingegen 0. Heißt also im Endeffekt, der Rotationskörper hat ein Volumen von 1,26 Pi-Volumeneinheiten. Ich denke, in den meisten Übungsaufgaben wirst du dich mit den ersten beiden Beispielen auseinandersetzen müssen. Einfaches Quadrieren oder Anwenden der binomischen Formeln. Falls bei den binomischen Formeln aber auch mal 3 Summanden vorkommen, stört dich das hoffentlich nun nicht mehr. Zeichne dir einfach das Schema mit den 3 Summanden auf und dann kannst du dabei auch nichts mehr vergessen.